Herzlich Willkommen! In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Umsatzsteuer. Wir werden Ihnen die Begrifflichkeiten vor Umsatz- und Mehrwertsteuer erläutern. Außerdem werden wir Ihnen erläutern, warum die Umsatzsteuer für Unternehmen ein durchlaufender Posten ist. Des Weiteren werden wir Ihnen den Weg der Umsatzsteuer entlang der Wertschöpfungskette zeigen. Zu guter Letzt werden wir anhand von Geschäftsvorfällen der XGmbH demonstrieren, wie Vor- und Umsatzsteuer in den Konten verbucht werden. Die XGmbH kauft von einem Chip-Lieferanten zur Produktion Ihres Tablets Prozessoren. Jeder Prozessor hat einen Netto-Warenwert von 100 Euro. Bezahlen müssen Sie dem Lieferanten jedoch 119 Euro, denn dieser muss 19 Euro Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. So bekommt der Lieferant effektiv 100 Euro, die XGmbH einen Prozessor im Netto-Warenwert von 100 Euro und an das Finanzamt gehen 19 Euro Umsatzsteuer. Da die 19 Euro Umsatzsteuer an das Finanzamt weitergegeben werden, ohne den eigentlichen Betriebszweck zu berühren, wird die Umsatzsteuer für Unternehmen als durchlaufender Posten bezeichnet. Die von der XGmbH gezahlten 19 Euro werden Vorsteuer genannt. Die Vorsteuer ist die an Lieferanten gezahlte Umsatzsteuer. Diese kann sich die XGmbH zu einem späteren Zeitpunkt erstatten lassen, da sie ein zum Vorsteuerabzug berechtigtes Unternehmen ist. Somit wurden effektiv lediglich 100 Euro Netto-Warenwert gezahlt. Mit dem eingekauften Prozessor produziert die XGmbH ihr Tablet und verkauft es an die Elektronik-Großhandelskette Medienmarkt. Jedes Tablet hat einen Netto-Warenwert von 400 Euro. Die Großhandelskette muss jedoch 476 Euro pro Tablet bezahlen, da auch hier 19 Prozent Umsatzsteuer fällig werden. Diese führt die XGmbH an das Finanzamt ab. Die von der Medienmarkt-Elektro-Großhandelskette gezahlten 19 Euro Umsatzsteuer kann sich der Medienmarkt nun ebenfalls über die Vorsteuer erstatten lassen. Somit wurde auch hier lediglich der effektive Netto-Warenwert bezahlt. Nun geht Max in den Medienmarkt und möchte ein Tablet für Erika kaufen. Der Medienmarkt möchte mit dem Tablet einen Umsatzerlos von 500 Euro erzielen. Max muss also 595 Euro für das Tablet bezahlen. Die 95 Euro werden vom Medienmarkt als Umsatzsteuer abgeführt. Doch Moment! So sehr Max sich auch bemüht, er kann auf seiner Rechnung keinen Hinweis auf die Umsatzsteuer finden. Lediglich die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent ist auf der Rechnung vermerkt. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Umsatz- und Mehrwertsteuer oft synonym verwendet. Die vor allem in der EU auch amtlich verwendete Bezeichnung meint die Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug. Da Max als Endverbraucher keine Vorsteuer geltend machen kann, ist die von ihm gezahlte Umsatzsteuer gleich der Mehrwertsteuer. Nachdem wir nun den Weg der Umsatzsteuer verfolgt haben, beschäftigen wir uns nun damit, wie Vor- und Umsatzsteuer verbucht werden. Hierzu schauen wir uns die Buchungen der XGmbH einmal genauer an. In unserem Beispiel gab es für die XGmbH zwei Geschäftsvorfälle. Zunächst wurde ein Prozessor mit einem Netto-Warenwert von 100 Euro gekauft. Hierfür wurden 119 Euro brutto an den Lieferanten überwiesen. Schauen wir uns an, welche Konten der XGmbH angesprochen werden. Der Prozessor mit einem Netto-Warenwert von 100 Euro wird auf das Konto Vorräte gebucht, da er zu einem späteren Zeitpunkt weiterverarbeitet werden soll. 19 Euro wurden von der XGmbH als Vorsteuer gezahlt. Diese werden auf das Konto Vorsteuer gebucht. Da die gezahlte Vorsteuer vom Finanzamt erstattet wird, ist Vorsteuer ein Aktivkonto und die 19 Euro werden als Zugang auf der Sollseite verbucht. Die gesamten 119 Euro werden an den Lieferanten gezahlt. Jedoch nicht sofort, wodurch kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten entstehen. Nun wird noch vermerkt, dass die Zugänge auf den Konten Vorräte und Vorsteuer aus kurzfristigen Verbindlichkeiten resultieren und die kurzfristigen Verbindlichkeiten über 119 Euro sich aus Vorräten und Vorsteuer ergeben. Der Buchungssatz sieht dann so aus. Von den Ursprungskonten Vorräte und Vorsteuer gehen 100 bzw. 19 Euro an das Zielkonto kurzfristige Verbindlichkeiten, auf das 119 Euro gebucht werden. Schauen wir uns nun den zweiten Geschäftsvorfall der XGmbH an. Die XGmbH hat der Elektro-Großhandelskette Medienmarkt ein Tablet mit dem Netto-Warenwert von 400 Euro verkauft. Hierfür wurden 476 Euro brutto vom Medienmarkt bezahlt. Schauen wir uns an, welche Konten der XGmbH angesprochen wurden. Die gesamten 476 Euro werden auf das Konto Forderungen gebucht. Diese Forderungen setzen sich zusammen aus 400 Euro Umsatzerlöse und 76 Euro Umsatzsteuer. Da diese wieder an das Finanzamt abgeführt werden muss, ist das Konto Umsatzsteuer ein Passivkonto und die 76 Euro werden als Zugang auf der Haben-Seite verbucht. Nun wird auch hier vermerkt, was die jeweiligen Ursprungs- bzw. Zielkonten sind. Der Buchungssatz sieht dann so aus. Vom Ursprungskonto Forderungen gehen 476 Euro in Teilen von 400 bzw. 76 Euro an die Zielkonten Umsatzerlöse und Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer müsste nun theoretisch an das Finanzamt abgeführt werden. Erinnern wir uns aber einmal zurück an unseren ersten Geschäftsvorfall. Wir hatten dort eine Buchung auf dem Konto Vorsteuer. Die Vorsteuer wird vom Finanzamt zurückerstattet. Indem wir die Vor- und Umsatzsteuer nun gegeneinander aufrechnen, können wir die tatsächliche Zahllast ermitteln. Die Zahllast wird also ermittelt als die Differenz zwischen der Umsatz- und der Vorsteuer. Auf dem Konto Vorsteuer haben wir auf der Soll-Seite 19 Euro stehen. Wir wissen, dass die Vorsteuer vom Finanzamt erstattet wird. Wir bekommen jedoch nicht nur Geld vom Finanzamt erstattet, sondern wir müssen auch Geld an das Finanzamt zahlen. Die Umsatzsteuer in Höhe von 76 Euro müssen wir an das Finanzamt abführen. Wir könnten nun einfach die 76 Euro an das Finanzamt zahlen und vom Finanzamt im Gegenzug 19 Euro zurückerhalten. Einfacher ist es jedoch, die zu erstattende mit der zu zahlenden Summe zu verrechnen. Wir ermitteln die Differenz aus Vor- und Umsatzsteuer. In unserem Fall müssen wir noch 57 Euro an das Finanzamt zahlen. Sobald der Betrag gezahlt wird, wird dieser auf das Konto Umsatzsteuer-Vorauszahlung verbucht. Beim Jahreswechsel werden die Salden aller Umsatzsteuerkonten auf das Konto Umsatzsteuer-Vorjahr zusammengefasst. Das heißt, nur das Konto Umsatzsteuer-Vorjahr wird im neuen Jahr eröffnet. Die anderen Umsatzsteuerkonten fangen bei Null an. Fassen wir noch einmal zusammen. Sie haben die Begrifflichkeiten vor Umsatz- und Mehrwertsteuer kennengelernt. Außerdem wissen Sie nun, warum die Umsatzsteuer für Unternehmen ein durchlaufender Posten ist. Des Weiteren haben Sie den Weg der Umsatzsteuer entlang der Wertschöpfungskette gesehen. Zu guter Letzt konnten Sie noch sehen, wie Vor- und Umsatzsteuer in den Konten verbucht werden. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017